Und damit herzlich willkommen zurück bei Pokémon. Ich hatte gerade... Naja. Einige Probleme mit den... Dingens hier zu starten, aber das soll uns ja jetzt egal sein. Wir sind wieder da, ist offensichtlich das so... Ich mag dich, alles klar. Ach, wir sind von da gekommen. Ja, 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 stimmt ja. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Das heißt, wir müssen uns wieder... ...nach oben. Ich wollte jetzt eigentlich auch gerade, kurz bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe, Habe ich nämlich noch gerade so frisch bei Facebook gelesen. Ich lasse mir ja von bestimmten Seiten die Updates liefern. Zum Beispiel von einer bestimmten Seite, die mit Naruto zu tun hat. Ja, ich lese gerne Naruto. Und wie man auch hätte sich denken können, da ich ja auch das eine Mal bei dem Minecraft das Naruto-Special gemacht habe, wo ich immer noch dabei bin eigentlich. Das ist ein Langzeitprojekt, Konohaga-Kure nachzubauen. Kann sich nur noch um Jahrzehnte handeln. Bis ich irgendwann mal fertig bin. Und ja, aber da habe ich ja auf jeden Fall gerade eben gesehen, es ist ein neues Online-Kapitel raus und das wollte ich eigentlich fast gerade lesen. Aber dann dachte ich mir, Junge, die Arbeit geht vor, du musst noch gerade was aufnehmen, weil es ist wieder mal folgenden Tag und dir ist brandneu natürlich mal wieder aufgefallen. Du hast wieder nichts aufgenommen. Ja, natürlich lag das jetzt immer daran, weil ich für alles andere in den letzten Tagen viel, viel mehr aufgenommen habe. Ja, ich überquatsche mal einfach hier das Ganze, die ganzen Kämpfe so ein bisschen, damit ich nicht immer diese blöden Kommentare los machen muss, sondern auch einfach mal so ein bisschen was erzählen kann, was so gerade abgelaufen ist. Was kurz bevor ich hier angefangen habe, passiert ist. Ich habe gerade eben auch zum Beispiel noch ein paar Kommentare gelesen. Einmal zu Minecraft an, dann habe ich das ein bisschen bei uns in den eigenen Kommentaren, also habe ich halt drumherum gestöbert und habe aber jetzt auch gerade eben unter einem Kollegen seine Videos nochmal ein bisschen runtergeschaut und was da teilweise dann halt geschrieben wird aus Neid und ist halt eigentlich nicht schön. Was dann da so mies rumgeflamed wird und so in den Kommentaren, nur weil man dem anderen gerade was nicht gönnt, ist echt traurig irgendwie. So wie wir dieser kleinen Schwimmerin hier ihren Sieg nicht gönnen wollten, ihre Niederlage herbeiführen wollten, so gönnt man sich gegenseitig teilweise nichts auf YouTube. Eine Herausforderung von Angler Dominik. Hallo Dominik, wie geht es dir? Dominik, was hast denn du für Pokémon bei? Du hast ein Goldini bei. Ich habe leider nur noch einen Body Slam und habe ich einen Aether bei oder so müssen wir gleich mal, ich gucke mal einfach jetzt, ansonsten müssen wir Waldhyperstrahl und sowas alles einsetzen, wo ich jetzt nicht so Bock fährte. Wir gucken einfach mal. Ach echt, wunderbar. Natürlich den Body Slam. Oh, die miese, miese Hornattacke. 10 jetzt haben wir jetzt wieder. Wir sollten mal vielleicht schauen, dass wir uns für die Zukunft ein paar mehr davon besorgen, von diesen Aethern. Kann man die eigentlich kaufen? Ich hoffe mal, man kann die kaufen. Das wäre schon recht cool. Und ein Crafting System gab es eigentlich noch nie bei Pokémon, oder? Ich meine, muss jetzt auch nicht. Ich muss ja nicht jedes Spiel irgendwie ein Crafting System haben. Aber ich glaube, gerade bei Pokémon wäre das oft gar nicht mal so schlecht gewesen, wenn man sich bestimmte Sachen selber machen könnte. Weil man hat so oft irgendein Scheißzeug, was man so findet und gar nicht gebrauchen kann, dass man das dann vielleicht auch in seine Einzelteile zerlegen könnte und dann halt was Neues draus machen. Also wenn man dann genug Einzelteile hat, gibt es ja mittlerweile hier in dem Beutel, selbst den wir jetzt hierbei haben, in Feuerrot. Da hat man ja selbst schon so, was weiß ich, 5, 6 verschiedene Taschen in seinem Rucksack. Und da wäre es doch eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn er dann sowas bei wäre wie eine Teile-Tasche, sag ich mal. Ja, komm, mach ich nochmal Body Slam. Geht halt jetzt nicht anders. Ich wollte da jetzt keinen Blizzard für verwenden, nur um dem irgendwie, weiß ich nicht, 20 HP noch abzuziehen. Yeah. Und der wird noch ein Gold King in den Kampf schicken, das ist schön für uns. Vielleicht können wir den ja mit einer Attacke down. Drechflegel. Ja, wunderbar. Ja, aber das könnte ich mir vorstellen, das wäre zum Beispiel noch eine echt fette Aktion, wenn man da halt so, ja, ja, dankeschön. Dank für die Kohle, man sieht sich. Wenn man da halt wirklich noch die Möglichkeit hätte, selber irgendwie auf die Items Einfluss zu nehmen, ohne die halt zu kaufen. Ich wollte da doch jetzt... Du bist nur Level 20, das lohnt sich nicht. Lass mich hier in Ruhe. So, dann schwimmen wir mal. Okay, da gibt es eh nichts mehr zu holen. Dann gehen wir hier an Land. Okay. Hier gibt es auch nichts. Ist hier in der Ecke vielleicht irgendwas zu finden? Nein, nein, nein. Hier irgendwo? Da? Nein. Ich drücke jetzt die ganze Zeit mal den Finde-Knopf. Vielleicht drinnen wir... Na, okay, doch nicht. Der Glutberg! Hey, Moment. Ist das nicht auch hier, wo wir dann das Lavados finden, früher oder später? Steine. Hm. Was mit dem? Stell dir vor, dieser Vulkan würde ausbrechen. Die Eruption wäre unser Ende. Ist das nicht erschreckend? Während uns die Knie schlottern, könnte ich einen Pokémon-Explosion leeren. Du willst eine meiner Pokémon-Explosionen leeren? Bist du bescheuert, Alter? Ich hasse Suicide Bombers. Echt. Hier sind, äh, Rockets. So, gegen wen kämpfen die denn dann? Gegen Glurak und gegen meinen Dicken. Ja, weißt du was? Das machen wir auch. Hier drüben. Wir versuchen hier zu, was? Der Schatz, über den die Wurfs reden, muss hier irgendwo sein. Was? Force? Was zur... Du bist im Weg. Verschwinde. Okay. Hm. Da kommen wir nicht lang. Also müssen wir sowieso hier lang. Mit den Steinen den Scheiß. Danny, gib mal Gas. Hau mal rein hier. Die Steine wegschieben, bitte. Jo. Bam, bam, bam. Fußballstein. Bam, Fußballstein. Fußstein. Aua. Iron Ball. Okay, dann gibt es also jetzt hier, weißt du, wie ein Vulkan Höhlen entstehen? Ja. Durch Lava, was sich ausbreitet und dann wieder zurück geht. Oder so. Eine Herausforderung von Pokémon Ranger Almut. Almut ist... Ist Almut ein Mädchenname? Oh, alter Finne. Ich hoffe mal nicht. Das wäre ja traurig. Boah, ich glaube, ich könnte mein Kind... Almut? Echt jetzt? Nee. Geht gar nicht. Was sind denn der... Was sind denn der Spitzname dann von Almut? Almut? Hey, Almut. Oder... Mutti? Mutti? Naja, das ist jetzt nicht unbedingt so kreativ. Der Lachse schlägt immer noch tief und fest. Ist okay. Ah, in der Zeit werden wir nochmal vollgesäuret, aber das ist ja nicht so schlimm. So, jetzt ist der Dicke wach. Und Bodycheck mal eben los. Ja, wunderbar. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja schon Level 43 mit dem jetzt durch die Runde. Almut hat also die nächste Entwicklung von dem Vieh auch dabei. Die gute Almut. Die gute Almut. Okay, schön. War auch ein Volltreffer. Das heißt, nur eine Attacke reicht für dieses Vieh. Und noch ein Giflo. Ja, okay. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht noch ein Giflo. Dann... Das heißt, er hätte, wenn dann überhaupt, als allerersten Miraplar dabei haben müssen. War jetzt halt nicht. Oh nein, nicht Spach... Nicht Spacheltore. Spachelstore. Die Spachelstore. Ein lustiger Kleiderversprecher aus dem Hose-PCR-Change. Ich bin voll Wonne entzückt. Tschüss. Ja, ja. Eis ist gegen Pflanzen ja dann wieder sehr effektiv. Wasser natürlich nicht. Aber gefroren dann schon. Weil das macht Pflanzen kaputt. Yeah, 43. Super gut. Aua, du bist ja schreckend gut. Ja, du bist ja selber schuld. Du bist ja auf mich zugelaufen. So, dann gucken wir jetzt aber nochmal. Eben, der ist ja paralysiert. Und das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wobei wir auch warten können. Mit dem Dicken. Haben wir hier vielleicht irgendwo Pokémon, die wir noch nicht haben? Ein Habitag. Ja, das haben wir schon. Dann machen wir das Ganze jetzt einfach so. Wir machen kurz die Erholung. Ja, das kann uns ja egal sein. Okay, der kann gerade nicht angreifen. Aber wir wollen uns trotzdem erholen. Weil dann geht das Paralysieren wenigstens weg. Dann brauchen wir den kein... Über... Komm schon. Sonst wird das echt blöd, ey. Wenn wir jetzt gar nichts... Ah, geht doch. Und die Rate ist da echt ziemlich hoch. Wenn man dann einmal paralysiert ist, dass man dann echt nichts mehr machen kann, oder? So. Und jetzt als nächstes müssen wir halt... Schau, ich schläft hier vor dem Fest. Und jetzt müssten wir... Nirgendeine Attacke... Die wollte ich noch behalten. Die will ich auch behalten. Dann machen wir einen Hyperstrahl. Dann passt das schon. Tschüss, Piepmatz. Du bist jetzt... Es ist Zeit für dich zu gehen, my friends. Tschüss. Du hast eigentlich nur dazu gedient gerade, dass wir uns wieder aufladen können. Aber das hast du gut gemacht. So, was war das? Das hier war... Wir probieren mal eben die Felsen zu zertrümmern. Also mal gucken, ob uns wohin der Weg uns dann führen würde. So, hier ist... Äh, verdammt, Alter. Ich wollte doch nur gucken, ob da Items liegen. Was willst du? Ein Vulkan gilt als aktiv, wenn er ausbricht. Oder kurz vor dem Ausbruch steht. Aha, ist ja interessant. Bin ich jetzt hier auf Wissensreise, oder was? Ach, das ist auch so ein Ranger. Eine Herausforderung von Pokémon Ranger. Der gute Björn. Björn und Almut. Mhm. Aber warum hat der jetzt rote Sachen dann? Gerade eben hat der noch... Der hat doch auf dem anderen... Naja. Ich glaube, dass die Eierbande da drüben... Dass das... Dass die als Pflanze gelten. Ja. Und somit ist natürlich dann... Der Blizzard... Die beste Wahl. Oh, ein Kokowai. Schön. Das 3, 4, 5-köpfige... Palmen-Pokémon. Erstmal, dass wir das jetzt sehen. Können wir aber wahrscheinlich auch direkt mit dem... Wenn er durchzieht, der Blizzard... Ja. Dann werden wir ihn wahrscheinlich ausnocken können. Na komm, gib Gast. Ich bin... Oh, fett. Der hat's überlebt. Na, dann machen wir nochmal einen Hyperstrahlen. Der macht top Gene... Oh, fuck you, hey. Bisher wohl nicht wahr. Ich meinte... Thank you. Ich meinte... Thank you. Nun muss... Äh... Nochmal zu... Oh, schön. Hypnose. Schlaf ich jetzt ein? Ich schlaf ein. Wir sind eingeschlafen. Schläft tief und fest. Und jetzt... Ja, ich will aber nicht, dass der schläft. Weil dann kann ich den jetzt gerade... Da müssen wir den, glaube ich. Aufwecker heißt das Ding dann, ne? Ne, okay. Aber wir haben einen Hyperheiler dabei. Wir... Machen eben... Den Hyperheiler Eierbombe. Mhm. Oh, das war aber nicht schlecht. Ja, noch einen Hyperstrahl hinterher. Das sollte dann auch reichen. Definitiv. Jetzt haben wir dann von den restlichen Attacken... Ungefähr gleich viel noch. Und Coco, wie viele Punkte gibst du uns denn? 1800 Punkte. Wunderschön. Danke, Björn. Puh, das war heiß. Ich hatte meinen... Einen Schweißausbruch. Aha, okay. Ähm, hast du noch irgendwas zu erzählen? Es soll mehr als... 1500 aktive Vulkane in der Welt geben. Allein beim Gedanken daran... Wirkt mir heiß und mulmig. Jetzt in echt oder in... Nur in dem Spiel. Ah, hier ist eine Tür. Da könnte man rein. Okay. Ist mit hier oben. Ah, da kann man auch lang. Da muss man aber dann mit der Trollala kämpfen. Was ist hier? Da kann man nicht lang. Und hier... Ist hier hinten noch irgendwas? Oh! Was ich gesehen habe. Und zwar, ähm... Müsst ihr mal im Internet nachgucken. Die ganzen Pokémon-Gebiete. Das heißt, aus den verschiedenen... Ne, mit dem kämpfen wir jetzt nicht. Hab ich... Flucht unmöglich. Echt? Oh. Die ganzen Pokémon-Spiele. Oh, jetzt wollte ich eigentlich kämpfen. Nein, ist ja auch egal. Ähm. So. Angriff plus. fatigue estimulklärte. Und zwar Choice Monk-Spiele, Wayne, aber noch als consult. ja auch mit Art problems. Jaaaagar kam es so aus. Und zwar alle險MAN muchísInnen.